heute mal wieder ein kleines produkt aus dem hause icstation.com nämlich die 12 526 ein kleines relay magnetmodul wenn wir das hier rausholen dann sehen wir schon das ding brisiert quasi aus drei teilen das board selber dieser magnet kontakt der hier fest dran gelötet ist direkt und dann haben wir am schluss noch hier diesen einzelnen magneten der das ganze dann schalten kann wenn wir näher auf das modul gucken dann sehen wir schon hier oben haben wir so zwei schraubterminals da kommt dann die stromversorgung dran für das modul selber ein kleiner an ausschalter ein chip das ist ein lm 393 und hier hinten haben wir ein 817 das ist ein optokoppler dazu natürlich in groß das relay auf der unterseite gucken sind ein paar rückstände flussmittel der mittlere pin vom relay der ist auch so ein bisschen ausgefräst und da die isolation besser zu machen und wie wir sehen das ganze ist für 12 volt was gerade sehe bei einem pin der in richtung dieses magnet sensors geht da ist auch noch ein kleiner widerstand drin der magnet sensor selber der ist hier leider vergossen das heißt wir können nicht allzu viel so sehen ansonsten hinten drauf noch so doppelseitiges klebeband um das ganze zu befestigen aber um euch zu zeigen was da eigentlich drin steckt naja reingucken können wir nicht aber ich habe hier noch ein paar lose davon zum glück das hier das ist das was da drin ist kleine glasperl und da drin sind zwei kontakte die sich vom magnetfeld beeinflussen lassen das zu sehen gehen wir mal ein bisschen näher ran wenn wir gucken wir sehen diese beiden kontaktflächen in der mitte sehen wir ganz ganz wenig luft ist dazwischen das heißt die berühren sich nicht das ding ist im moment also offen und wenn wir mit dem magnet in die nähe kommen dann kann man denke ich sehen die zieht sich so ein bisschen aneinander und so wird der kontakt hergestellt das heißt also ist es im prinzip nichts anderes als ein schalter den wir hier per magnet öffnen und schließen können aber wenn das ein schalter ist ja wofür brauchen wir dann jetzt hier dieses ganze modul mit relay und allem ist doch ein bisschen übertrieben oder na nicht ganz und das zu zeigen habe ich hier einen von diesen magnet schalter den sogenannten read switches einfach mal ja eine lampe angeschlossen das heißt das ding ist jetzt zwischen steckdose und lampe und wenn ich jetzt hier schalte dann seht ihr schon das funktioniert zwar aber irgendwie blitzt das so komisch wenn ich da ausdrücke das hat damit zu tun dass durch die hohe last von der lampe ein lichtbogen da drin erzeugt wird und ja das ist natürlich nicht gut fürs material und kann im zweifelsfall auch dazu führen dass es da wirklich anfängt zu brennen noch schlimmer sieht das ganze aus wenn wir einfach mal die last erhöhen ich habe jetzt mal statt der vorherigen 20 watt birne eine 500 watt birne dran wer weiß außen strahler der angehen soll wenn man die haustür aufmacht und wenn wir den ausschalten ja ihr seht das blitzt nicht nur heller die bleiben auch aneinander kleben auch wenn ich den magneten weghole die schweißen sich quasi zusammen und ja das kann man so ein paar mal machen und dann war's das die kontakte sind jetzt zusammen geschweißt die gehen in dem fall hier bei mir nicht mehr auseinander das wollen wir natürlich vermeiden deswegen benutzen wir hier so ein relais modul und wie üblich werfen mal einen blick auf webseite da läuft das ganze als door magnet relay module und so weiter und so weiter dc5 volt 12 volt ok normally closed read switch control switch for arduino so for arduino es ist ein relais jetzt läuft normal auch ohne arduino 5 12 volt gucken wir uns an und normally closed ich sehe hier hinten drei also das wird normally closed und normally opened beides sein was man braucht gehen wir mal weiter sehen wir ja schon hall sensor kontakt magnet und so weiter und bei den features wir haben eine kabellänge von 23 cm das dürfte diese verbindung sein zwischen dem magnet sensor und dem board selber dann haben wir ja high quality read switch in the hall sensor und the onboard ultra short delay which is to prevent the critical point of the circuit relay frequently moves and burns out und das ist auch der grund weswegen hier relativ viel auf dem board drauf ist denn normalerweise die dinger hier diese magnet schalter die reagieren recht schnell und wenn man irgendwie sehr schnell auf zu machen würde oder gerade so am rand ist dass das so ein bisschen hin und her flattert dann würde er jedes mal wenn er an und aus geht das relais schalten und die mögen das nicht so das geht dann recht schnell kaputt deswegen ist hier ein delay drin das heißt also wenn wir einschalten oder der sensor auslöst dann dauert das ein kleines bisschen bis das auch das relais schaltet und so wird verhindert dass wenn die ganze zeit an und aus geht da der ständig am hin und her umschalten ist ansonsten noch mal die info 5 bis 12 volt unter 100 milliampere der current wobei sich das auf den stromverbrauch beziehen dürfte ja schraubklemmen und das ganze ist magnetisch weiter unten haben wir noch ein anschlussdiagramm wir haben hier entsprechend 5 volt oder 12 volt die angeschlossen werden wir haben hier die last wie wir sehen können wird das hier angeschlossen und sie sagen hier zum beispiel bei 250 volt ac soll das ding 10 ampere abhören außerdem noch der hinweis wenn man mehr ampere bräuchte dann müsste man hier wo grün ist noch was kupfer drunter machen wobei ich da mal anmerken würde dass auch das relais irgendwo limits hat und ich schätze mal 10 ampere bei 250 volt ist für so eine relais größe durchaus ein realistischer maximalwert wobei man allerdings auch sagen muss 10 ampere also 2,5 kilowatt oder was sind das so um den dreh 2 2,5 kilowatt ihr könnt gerne mal in die kommentare schreiben wo man mit einem magnet schalter so solche größen an last schalten möchte klingt seltsam würde ich sagen gucken muss das ganze mal an ich habe das ganze jetzt mit zwölf volt gefüttert wir sehen die power leds an und die led mit der bezeichnung es ist an also er hat jetzt geschaltet und wir haben jetzt zwischen denen von kontakt zwischen denen nicht okay dann machen wir mal die tür zu würde ich sagen das heißt ich hole mir jetzt einfach mal hier in den magneten und er schaltet um wir sehen er piept jetzt auch hier das heißt es ist auf jeden fall ein wechsler das relais wie das zu erwarten war wir können also beides nutzen entweder öffner oder schließer je nachdem was wir brauchen ansonsten ja das können wir noch mal können noch mal schalten und dann würde ich sagen ich drehe mal die spannung runter auf fünf volt denn es hieß ja fünf volt wären auch okay noch mal aus fünf volt und strom an okay die led geht an aber das relais schaltet nicht ich drehe jetzt mal so lange hoch bis das relais einschaltet da wären wir und das sind jetzt mal ungefähr 8,5 volt so viel brauchen also mindestens die angabe fünf volt ist so also nicht in ordnung ich blende euch unten ein ob das ein fehler war oder ob es eventuell sogar ein 5 volt modell gibt und man muss es bei der bestellung angeben wie gesagt gucken wir unten auf die einblendung was den stromverbrauch angeht jetzt bei 12 volt im ausgeschalteten zustand da sind wir ungefähr bei 4,4 milliampere und wenn wir das relais einschalten ist es natürlich deutlich mehr und zwar ungefähr 38,5 milliampere die 4,4 im ausgeschalteten zustand die stören mich jetzt dann doch noch so ein bisschen ich gehe mal davon aus dass nicht ein unerheblicher teil durch die led hier durchgeht die können wir gleich mal nachmessen da ist ein widerstand da können wir mal gucken wie viel milliampere das sind was ich gerade noch gesehen habe achtet mal auf die grüne led wenn ich weg mache die wird nur langsam heller das ist also dieses verzögerte einschalten um das flattern vom relais zu verhindern und ich gehe mal davon aus dafür wird dann auch der pot das pot hier sein dass wir da einstellen können wir sind jetzt hier auf einer seite gewesen jetzt machen wir das noch mal gerade ok 1 knapp eine sekunde und jetzt drehen wir das mal auf die andere seite das ist deutlich langsamer also wir können hier die diese zeitspanne ein bisschen einstellen und dann spielen wir noch eine kleine runde wie viel haben wir denn hier ich gucke jetzt erst mal wie viel oben der widerstand ja daneben der led ist und was haben wir da wir haben ein 4,71 kilo ok 4,71 kann man schon mal merken wenn wir jetzt den strom anmachen und dann hier den die spannung darüber messen dann sind wir bei 9,44 wenn wir das dann mal kurz überschlagen dann kommen auf ungefähr zwei milliampere die die rote led zieht bleibt also immer noch ein ordentlicher rest der hier in elektronik offensichtlich benötigt wird und ja das heißt dann wohl oder übel dass die batterielaufzeit von hier so einem modul nicht so berauschend wäre das geht da mit sicherheit auch irgendwie deutlich besser ja was den anschluss angeht ich werde euch das hier an dem schalter mal zeigen wichtig dabei das hier ist von meinem haussteuersystem das heißt hier sind keine wirklich kritischen spannungen drauf wenn ihr zu hause normales Lichtsystem habt mit normalen netzstrom also 230 volt dann aufpassen die spannungen die können lebensgefährlich sein die können euch ganz schnell unter die erde bringen und aus gutem grund ist arbeiten an solchen systemen in deutschland lediglich elektrofachkräften vorbehalten das heißt also wenn ihr normalen netzstrom habt bitte nicht selber drum rumfummeln das kann schiefgehen und ja das geht euch nur einmal schief so erstmal müssen wir ans innere kommen bei hier denen heißt das dass die frontplatte ab muss dann komm ans innere als nächstes haben wir hier so ein zwischenring der müsste hier rausgehen ein bisschen quer wie es aussieht und dann kommt dieser dekorationsrahmen außenrum auch direkt mit ab ok hier seht ihr das beim letzten tapezieren ein bisschen was rein kein problem ich sollte dazu sagen wie gesagt niedervollsystem trotzdem habe ich hier den strom ausgeschaltet müssen jetzt hier erst freilegen weil ich komme halt nirgendwo dran entsprechend kann ich nicht messen ob wirklich aus ist aber ich vertraue mal meiner kabeldokumentation ich habe zum glück eine leisten meisten gebäuden leider nicht der fall die hier ist jetzt oben und unten festgeschraubt die meisten neuen die haben hier an der seite eher schrauben die dann mit krallen sind ok da sind wir ihr seht schon wesentlich dünnere kabel als regulär zur sicherheit sollte man an der stelle natürlich mit einem multimeter noch mal nachmessen sowohl zwischen den kabeln als auch gegen ground vorzugsweise natürlich mit einem was für 230 volt geeignet ist also nicht mit hier sowas bei mir das kabel das habe ich gerade das eingezogen und das hängt direkt oben drüber noch lose von daher habe ich keine bedenken dass das ohne strom ist die kabel entsprechend der vorgabe ab isolieren kommen dann in den ausgeschalteten nach gemessenen schalter natürlich hier rein und die andere seite muss in unser modul wir drauf schauen wir sehen normally open normally closed wir wollen den normal open haben das heißt den mittleren und in dem fall der in richtung vom protein also auch hier wieder passend ab isolieren und dann rein damit in die entsprechenden anschlüsse und das ganze passend verschraubt was die stromversorgung angeht werde ich wahrscheinlich mit einer 9 volt block batterie hier arbeiten ist zwar jetzt nicht ganz die 12 volt die rein sollen aber müsste ausreichen um das ding zu betreiben und sollte auch zumindest mal ein bisschen was halten also hochqualitative gb zelle dran die abgelaufen ist an und ein paar led geht an was sagt er nicht wirklich die grüne led geht zwar an aber ich höre kein relay und es schaltet auch nichts ich habe das gefühl die zelle ist dann doch hinüber na gut behaltbar bis eins 2017 probieren wir mal eine andere ob man mit einer besseren 9 volt zelle mehr glück haben oder ob man tatsächlich 12 volt brauchen ja und ich habe anscheinend nur abgelaufene von den dingern hier haben wir eine paar was auch immer die ist abgelaufen 2 2017 hey einen monat später und ihr seht auch die hier in der original folie war die andere im übrigen auch also sie sind nicht irgendwo leer aus der bastelkiste also nächster test an ok und jo der schaltet die batterie ist besser ja zur installation so darf das natürlich nicht hängen bleiben das müsste noch irgendwie besser gemacht werden das hieße in dem fall zum beispiel hinten ein bisschen in die wand rein dann hier so eine dose könnte man dazwischen machen dann wäre die ganze elektronik da drin verpackt aber doch der die batterie drin platz finden und ja am ende müsste dann der hier am rahmen montiert werden hier irgendwo und die andere seite wo auch immer so gerade hin ist an die tür soweit die theorie ja ich werde das noch umbauen denn hier am schalter das ist so einfacher anzuschließen aber ja verteiler dose oder sowas ist natürlich praktischer eins dann hängt die nix in füßen und zwei da oben habe ich auch strom für ein passendes netzteil beziehungsweise gut ich habe ja zwölf volt ich ganz direkt anschließen aber ich denke ihr habt gesehen er schaltet an und aus gucken uns gleich danach im fertigstellen noch mal an und ich würde mal sagen ich benutze mal wieder die magie des video editierens also jo also offensichtlich geht das licht an hier in den räumen ist das ganz okay würde ich schätzen weil naja jetzt kann man sich eh nicht groß drehen das heißt es wird wahrscheinlich keiner reingehen um die tür zu machen ansonsten hier ist noch ein schalter wenn man den anschaltet bleibt das licht halt an ja würde ich sagen funktioniert also zeit für ein fazit ja es ist ein modul welches diese magnet sensoren irgendwie nutzbar machen möchte von meiner seite muss ich sagen ich sehe da nur einen relativ beschränkten einsatzkreis das kann hilfreich sein wenn ihr ein niedervoltsystem habt also zum beispiel so ein zwölf volt halogen system oder sowas und das mit natur schalten wollt oder in schrank was kleines einbauen wollt mit niedervolt da habt ihr dann ja wahrscheinlich bereits eine spannungsversorgung fürs modul und ihr könnt direkt über das relay die lampen schalten auch wenn die ein bisschen mehr an strom ziehen für 230 volt also netzspannung würde ich das nicht einsetzen wollen zum einen haben wir halt das problem der stromversorgung wir bräuchten noch ein externes netzteil das heißt entweder so eine wandwarze oder hier so ein kleines einbauenetzteil was aber halt wieder ein extra teil ist was verkaufen müssen auch ist das relay ein bisschen naja es steht halt nicht wirklich drauf für was es gedacht ist es gibt auch keine prüfsiegel und nix das heißt wir müssen uns hier auf die angaben von ic station verlassen dass das wirklich für die genannten lasten ausgelegt ist also ich kann nur von meinen tests sagen es geht nicht direkt in flammen auf aber wie das bei dauerlast aussieht das ist natürlich noch mal eine andere sache und noch ein wichtiger punkt das ist die sogenannte clearance also der abstand da hat man sich ja hier mühe gegeben durch diesen ausschnitt aber an anderer stelle hat man da leider nicht ganz so aufgepasst nämlich hier unten und da ist das doch sehr nah dran das sind irgendwie so 0,7 0,8 millimeter das würde ich vielleicht noch gerade so durchgehen lassen wenn alles mit mit lötstopp maske überdeckt ist aber hier ist halt eine offene lötstelle und dann noch mal der schmodder darüber würde ich mich persönlich nicht mit 230 volt sonderlich sicher fühlen vor allen dingen es ist auch noch eine unnötige sache hier ist kein grund warum die ground plan da so rüber gezogen ist wenn man das hier abgeschnitten hätte thema erledigt dann wären die abstände ansonsten denke ich okay das hier dürfte glaube ich nur befestigung sein das ging dann aber hier so da würde ich 230 volt freiwillig eher nicht drüber schicken jedenfalls nicht ohne aufsicht und ja wer es wie ich macht und ohnehin mikrocontroller einsetzt der wird sich ohnehin das relay sparen und somit auch die paar milliampere standby verbraucht die wir da haben denn mikrocontroller brauchen nicht viel strom das können wir direkt an den magnet schalter anschließen und so das ganze lesen also ich würde sagen das ganze ist nicht ein produkt es wird bestimmt anwendungsfälle geben wo das nützlich sein kann ich kann es aber mir nicht sehen trotzdem interessant gewesen mal zu gucken wie man sowas aufbauen kann und wie wir gesehen haben technisch funktioniert das ganze er schaltet an und schaltet aus also ich würde mal sagen da tut auf jeden fall was er soll das mag er holen ist doch mal gesagt oder hier Vielen Dank.